In dem heutigen Tutorial soll ich darum gehen, ob ein E-Mail zu antworten. Wenn ich zum Beispiel ein E-Mail von einem Prof. Und ich will nur darauf antworten, wenn ich vielleicht eine Frau, die immer wichtig ist. Wenn ich eine E-Mail habe, die ich von meinem Prof. Hier gehe ich hin und ich kann sie noch lesen. Und da kann ich hier auf der Zeche gehen, ganz kurz am Eck. Und du siehst hier ein Zechen, das ausgesagt wie fein die Höhne geht. Da klicken ich drauf. Und hier kann ich schon allen Menschen, aber ich will hier einfach den engen Prof. Und das werde ich dann répondre. Und dann kann ich den Betreiber schon dran. Da kann ich mich froh herstellen. Ich weiß nur, wie das anders gesagt wird. Für das fortzuschicken, röm das E-Mail-Symbol mit fortzuschicken. Und dann hast du eigentlich das auch schon gemacht. Ja, auf fortzuschicken. Das war doch schon für T-Mail zu verschicken. Und zu Merci. Also, es geht mit mir an ne系. Untertitelung des ZDF, 2020